So, Freunde, ihr kennt das mittlerweile. Dienstag heißt Verkaufen oder Behalten. Das bedeutet, wir beschäftigen uns mit den Kandidaten, die euch aktuell, ja, vielleicht am meisten Kopfschmerzen bereiten. Und damit wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Ich bin Max, schön, dass ihr mit am Start seid. Lasst wie immer gerne ein Like da, wenn es euch gefällt, ein Abo, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und damit würde ich sagen, ist jetzt wirklich genug gequatscht und wir gehen rein in Sibir. Und wie sich das gehört, ist die Scouting-Liste natürlich voll und wir fangen sofort an mit Jonathan Thar, dem ersten Kandidaten. Und ich hatte es schon so ein bisschen prognostiziert, dass ich mir vorstellen konnte, dass er auf der Bank sitzt gegen Bremen, weil er eben in der Länderspielpause beide Spiele über 90 Minuten gemacht hat. Das Ganze ist eingetroffen, ich wurde so ein bisschen belächelt. Leverkusen auch ohne ihn 3-0 gewonnen, Hinkab hier gut gespielt, sogar eine Vorlage beigesteuert. Trotzdem, Freunde, Top-Spiel steht an am kommenden Wochenende gegen den BVB, jetzt unter der Woche noch Europa-League, da galt es Kräfte zu sparen. Deswegen war das eine ganz klare Belastungssteuerung. Ich bin mir 100% sicher, der wird gegen Dortmund wieder von Beginn an auf dem Platz stehen. Das ist vielleicht die wichtigste Säule hinten drin für Xavi Alonso. Deswegen würde ich den auf jeden Fall verkaufen, nicht behalten und auf gar keinen Fall jetzt irgendwie Panik schieben oder ähnliches. Dann haben wir Michael Gregoritsch und der durfte ran zum vierten Mal von Beginn an gegen Darmstadt, weil Merlin Röhl ausgefallen ist. Der hat eine Risswunde am Fuß, relativ ungewöhnliche Verletzung. Deswegen ist Höhler sozusagen ein zurückgerutscht und Gregoritsch dann in die Spitze. Hat das ganz ordentlich gemacht, 90 Punkte ohne Torerfolg ist okay. Trotzdem bin ich mir relativ sicher, wenn Röhl wieder fit ist und ich gehe davon aus, dass es reicht für das nächste Wochenende. Dann wird Gregoritsch wieder auf die Bank rutschen. Höhler einen vor, der hat meine ich auch getroffen gegen Darmstadt und Röhl dann wieder auf diese Halbposition, auf die Höhler Position. Deswegen würde ich euch raten, Gregoritsch jetzt noch zu behalten. Der Marktwert schießt nach oben, solange wir ihn eben halten können. Vielleicht sogar noch über das kommende Wochenende hinaus. Ich würde ihn aber nicht aufstellen, sondern wirklich als reines Marktwertobjekt behalten. Und ja, weil ich davon eben ausgehe, dass Merlin Röhl dann wieder spielen wird. Dann haben wir Marcel Schuhn. Der saß auf der Bank gegen Freiburg. Wir sind immer noch bei derselben Partie, weil er eben angeschlagen ausgefallen ist. Sein Ersatz, ich weiß nicht, Brunst Zöllner oder wie er heißt, bin mir gar nicht ganz sicher. Er hat gespielt, hat seine Sache gut gemacht. Aber auch bei Schuhn gehe ich fest davon aus, dass er am nächsten Wochenende wieder spielt. Hatte er einen Bluterguss im Oberschenkel gegen Köln. Für ihn noch ein ganz besonderes Spiel gegen seinen Ex-Verein. 7,9 Millionen, vielleicht so mit der günstigste Stammkeeper aktuell. Dazu bei einem 98er Average. Also ich weiß gar nicht, warum der so günstig ist. Die nächsten Partien, wie gesagt, Köln zu Hause, dann Heidenheim, dann Wolfsburg. Irgendwie aus unterschiedlichen Gesichtspunkten. Alles Spiele, wo theoretisch dicke Punkte möglich wären für Marcel Schuhn. Deswegen auch da, der Marktwert geht nach unten. Das zeigt, ihr verkauft den. Ich persönlich habe mir zum Beispiel fürs letzte Wochenende Meier geholt von Heidenheim fürs Tor. Aber einfach nur als Lückenfüller sozusagen, weil ich eigentlich Schuhen ganz gerne wieder aufstellen würde am nächsten Wochenende gegen Köln. Und dasselbe würde ich euch dann auch raten. Dann haben wir Christoph Baumgartner. Und da streiten sich die Geister. Weil ich habe auch noch vor anderthalb Wochen gesagt, unbedingt zuschlagen, auf jeden Fall kaufen. Der hat eine gute Länderspielpause hinter sich. Der hat gute Chancen bei Leipzig zu spielen. Hat aktuell vielleicht die Nase vor Emil Forsberg. Weil er eben auch gegen Freiburg gut gespielt hat. Und dann kam eben dieses Spiel gegen Wolfsburg. Und das war wirklich zum Mäuse melken. Das war wirklich gar nichts spielerisch unterirdisch auch von Christoph Baumgartner. Das gleiche gilt nur auch für nahezu die komplette Mannschaft. Deswegen würde ich persönlich noch an dem festhalten, man spielt jetzt zu Hause gegen Heidenheim. Da muss unbedingt was her als Antwort, als Reaktion auf das Spiel gegen die Wölfe. Ich glaube schon, dass er nochmal den Vorzug bekommt vor Emil Forsberg. Olmo ja nach wie vor nicht fit. Und wie gesagt, für 13 Millionen. Aktuell wirklich ein gutes Gamble. Geht immer noch nach oben marktwerttechnisch. Also ich sehe da aktuell wirklich keinen Grund, den zu verkaufen. Ich würde ihn tatsächlich eher behalten. Und anderes gilt, beziehungsweise auch das ist schwierig mit Alphonso Davies. Ich würde schon sagen, anderes gilt, bla bla. Ich persönlich hatte ihn im Team seit dem ersten Spieltag. Da hat er mich super überrascht gegen Werder mit 302 Punkten. Dann 182 gegen Augsburg. Und dann hat er zwar immer solide gepunktet, aber nicht so wie ich mir das vorstelle von einem Außenverteidiger. Eigentlich unangefochten bei den Bayern, der ja zu seinem Peak jetzt 34 Millionen gekostet hat. Also klar, da stehen 129 Punkte im Schnitt. Rechnet man das jetzt aber auf die Spiele seit dem vierten Spieltag, ist es vielleicht, ja lass es mal ein 100er Average sein, wenn es hochkommt. Gegen Köln jetzt keine einzige Minute gespielt. Und ich persönlich habe jetzt die Reißleine gezogen, weil, wie gesagt, für das Geld gibt es noch den einen oder anderen, der vielleicht wieder auf den Markt gespielt wird, den ich mir dann lieber ins Team hole. Oder ich verteile das irgendwie auf zwei Kandidaten. Das ist mir einfach zu teuer für zu wenig Punkte. Müsst ihr entscheiden, wie ihr das Ganze handhabt. Wenn jetzt irgendwie gar nichts mehr auf dem Markt ist, was ihr gebrauchen könnt, dann würde ich den natürlich behalten. Der wird mit Sicherheit dann auch am kommenden Wochenende gegen Union wieder auf dem Platz stehen. Da bin ich mir relativ sicher. Aber mir persönlich ist das Ganze zu teuer und ich habe ihn jetzt verkauft. Und wie gesagt, wenn es irgendwie Alternativen gibt, dann würde ich euch dasselbe raten. Weil ich hatte das Gefühl, dass Tuchel den auch gar nicht mehr so offensiv sehen möchte. Und deswegen, ja, das spiegelt dann eben auch die Punkteausbeute wieder. Dann haben wir Christopher Trimmel. Falls den noch irgendjemand von euch im Team hat, in den letzten Wochen ja relativ regelmäßig auch gespielt. Zehnter, Elfter, Zwölfter Spieltag von Beginn an, wenn ich das richtig sehe. Jetzt gab es ja den Trainerwechsel und der gute Mann ist Kroate. Und deswegen hat Josep Juranovic, glaube ich, ganz gute Karten. Der hat auch immer bei Trabzonspor, wenn ich mich jetzt nicht täusche, Viererkette gespielt. Deswegen könnte ich mir vorstellen, Viererkette mit Knoche, Döki im Normalfall. Und dann rechts Juranovic, links Robin Gosens. Ich sehe da jetzt aktuell nicht so die wahnsinnig guten Karten für Christopher Trimmel, auch wenn er eine absolute Club-Legende ist. Ich glaube nicht, dass der neue Trainer darauf jetzt großartig Rücksicht nehmen wird. Deswegen, ja, stagniert im Marktwert. Ich persönlich würde jetzt sagen, lieber verkaufen, weil Juranovic da ganz gute Karten hat. Und auch wenn es nicht viel ist, aber das Geld tatsächlich hier anders investieren. Dann haben wir Daniel Mahlen. Und das ist, ja, schwierig, weil ich habe noch letztens gesagt, behaltet den mal. Der ist jetzt so krass gesunken. Irgendwann wird er wieder punkten. Und der hat gepunktet jetzt gegen Gladbach. Er hat ein Tor geschossen, aber nach Einwechslung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Jamie Beino Gittens hat ihm schon, ja, geisteskrank die Show gestohlen. Das kann man nicht anders sagen. Von Beginn an gespielt, Tor geschossen. Vorlage ist dann, glaube ich, sogar für Daniel Mahlen ausgewechselt worden. Was ich eigentlich sagen will, ist, dass Terzic eigentlich nicht drumherum kommt, Beino Gittens auch in den kommenden Wochen von Beginn an aufzustellen. Gegen Leverkusen und gegen Leipzig, weil diese jugendliche Leichtsinnigkeit, die hat dem BVB extrem gut gestanden. Gegen Gladbach. Deswegen, weiß ich nicht, also ich glaube, Mahlen wird über die Joker-Rolle erstmal nicht hinwegkommen. Gegen gute Gegner, gegen Leverkusen und gegen Leipzig. Danach gegen Augsburg. Deswegen, ja, auch wenn es schwierig ist, ich glaube, ich würde ihn tatsächlich für das Geld spätestens jetzt verkaufen. Auch wenn er wieder leicht hoch geht im Marktwert. Ja, ich glaube, Beino Gittens hat da mittlerweile jetzt wirklich die Nase vor. Dann haben wir Brian Gruder, auch über den haben wir schon kurz gesprochen. Scheint aktuell eben nicht die Nase vor zu haben. Bei Siebert, Barkok hat zuletzt gespielt, Richter ein richtig gutes Spiel gemacht. Auch Lee ist da. Ich glaube trotzdem, dass seine Zeit kommen wird nach der Winterpause. Wenn Lee dann beim Asia Cup ist, Asian Cup, wird ja ein paar Spiele fehlen. Da könnte Gruder wieder reinrutschen. Deswegen, ja, wenn ihr das Geld irgendwie, oder wenn ihr den aktuell parken könnt, dann würde ich den so als Edeljoker aktuell parken. Auch auf die Gefahr hin, dass er jetzt ehrenlos sinken wird wieder auf 3, 4 Millionen bis zur Winterpause. Aber dann, glaube ich, könnte der schon ein Faktor werden. Wenn ihr jetzt aber sagt, ich gehe das Gamble ein, ich verkaufe den jetzt und bekomme den irgendwann um Weihnachten rum wieder. Und dann nehme ich ihn mit für die ersten Spiele nach der Länderspielpause, dann finde ich es auch okay. Ich würde ihn jetzt nicht abschreiben, das will ich nur damit sagen. Ich glaube, er könnte extrem wichtig werden dann nach dem Winterbreak. Und dann eben Dennis Undav, der war leicht angeschlagen nach dem Frankfurt-Spiel, ist jetzt aber fit. Die Meldung kam heute, Gott sei Dank. Deswegen werden wir mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit eben die Viererkette sehen und damit den Doppelsturm Girassi und Undav am kommenden Wochenende gegen den SV Werder Bremen. Besonderes Spiel für Undav, er hat da gespielt in der Jugend, also auch das wirklich ein brisantes Matchup. Ich glaube nicht, dass es roh wird, sondern Wagnumann, dann eben Anton Zagadou nach dem Ausfall von Ito in der Innenverteidigung, Mittelstadt links, der extrem gelobt worden ist. Und dann Mio eben auf der Leveling-Position und vorne Girassi und Dennis Undav. Das hört sich einfach wirklich mittlerweile nach einer Spitzenmannschaft an, freue ich mich extrem drauf. Deswegen auf keinen Fall verkaufen, auch wenn der Marktwert nach unten geht. Könnt ihr mir vorstellen, dass der vielleicht sogar im Laufe der Woche nach der Fit-Meldung wieder nach oben geht und den behalten und einfach bis zur Winterpause genießen. Und dann kommt ja der Afrika Cup und da wird er sowieso regelmäßig von Beginn an spielen. Und damit sind wir durch. Ich hoffe, ich konnte bei euch im Kopf ein bisschen was anregen. Wir sehen uns dann morgen wieder in alter Frische. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.